Na, Soldaten! Danke für die Hilfe! Ich bin tot! Cool! So, man kann hier alles treffen, ohne dass... Ey, ich krieg mal zum Dingsarbeiter schon der Spawnpunkt! Oh! Hab ich mich gerade erschraubt! Ah, ich bin tot! Ich bin wieder! Ich sehe ihn! Muss das eigentlich der Kreuzer kommen! Mach einfach weiter! Bug ist dumm! Okay! Natürlich ist Bug... Naja, egal! Äh... Okay! Ich lenke mal den Panzer ein bisschen ab, ja! Bin, denke ich mal, auch gleich tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ach, Scheiße! Eine Sekunde hätte ich noch gebraucht für den Panzer! Dann hätten wir weiter... Überleben wir dahinter einfach nur ein bisschen! 303! Ja, ich bin da! Ich bin da! Ja, 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 ja! Er kommt uns sehr gegen! Ah, okay! Ja, nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ernsthaft! Ich kann da nicht hinschießen! Weg mit den Viechern, ey! Wer ist da nicht? Den Ghost hält einfach mal... ...den Panzerschuss aus... ...des Gesicht! Und ich hab keine... Ah, doch, ein Auto hab ich... ...sorgendwo... Ja, klar, was ist denn das für eine Mechanik, Alter? Ich habe mir einen Ghost wieder versagen, jetzt schon. Ach, kacke, man, jetzt habe ich mir mühselig einen Ghost gekrallt und sterbe. Oh, hab das schon, ah, verdammt, ja gut, ich bin tot, ich bin auch gut. Ich bin tot, im Panzer, WTF! Ja. Warum nicht? Ach, man! Oh, es gibt keine Sifte. Ja, jetzt steigt hinten auf das große Geschütz und ich in den Beifahrern sitze hier. Ach, ein Hoch auf die KI. Ey, ich gehe nochmal zur Fahrt durch den Tunnel, weil da werden wir ein bisschen weniger getroffen und du kannst beschießen. Das war sehr... Mach so, Runfinger, Herr Kaptain hat Probleme! Lass mich so einenmaß aus der Geschüber. Die Schilde halten nicht mehr lange tot! Comeback, dann schieß auch! Aber die halbe Welt schießt doch nicht so gesch... Ja, schön. Die haben doch teilweise eh nur alle auf uns geschossen hier. Das sind so viele. Ach, das ist so lächerlich. Okay, sammeln. Sammeln ist doch was. Ja, praktisch dumm. Okay, er bewegt sich jetzt ab. Ach, einfach auf Backscheißen. Ja. Hat die ganze Zeit gut funktioniert. Nein, ich konnte nicht runterschießen. Die krieg ich vielleicht so? Ja. Nein, ich bin aus dem... ich bin raus. Ja, du... Sind wir da? Tod. Aber das Ding lebt noch. Das Ding lebt noch. Äh... Was? Wo? Welches? Äh... Äh... Nimm... 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 nimm den Geschützwagen. Bin tot. Ja... ich saß hinten drin. Ich konnte nichts machen. Ich habe so ein großes Ding. Oh nein, nein, ich habe nicht instinkt es mir runter. Ich kam nicht rein. Wollt ihr mich rollen? Ach was? Stell, stell. Ich bin tot. Ja, gut, danke. Ich auch. Es ist so unglaublich schwer, diese Mission. Ich bin kurz vor dem Tunnel bin ich gestorben. Tor war schon fast auf. Ach, Mann. Der macht sich doch selber Schaden hier. Du bist schon wieder hier. Verdammt. Ich krieg die ganze Zeit Schaden von diesen... Ich hasse einheiten in diesen Spielen. Also das ist wirklich schützlos. Was noch im End? Der schaden den Blatt. Der schaden den Blatt. Der schaden den Blatt. Der schaden den Blatt. Das sind die Flutzerangste. Das war es nicht. Aber das war ja schon damals. Das ist das Schaden. Das ist alles. ich bin tot vom panzer erschossen wer kennt es nicht ich war das ja kater lasst uns die ghost annehmen ich fahr durch das ding fahr durch nein 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 jetzt häng ich hier ich bin tot okay cool ich bin und nein jetzt ist der panzer dahinten ja kater muss gleich irgendwo aussteigen ich weiß noch nicht wo ach der rechte seite ist das dein ernst der war gut der war richtig gut wir sind beide tot ja alles gut ist der dieser riesen panzer schießt hinten bleibt der legt sich mit back an ich kenne euch ja aber der panzer nur beim tor sporen wir alter so kraft wie back wäre ich auch gerne oder 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 er ist doch gar nicht er kann nichts ja mann ich schaffe es nicht rechtzeitig generierung nicht möglich ja ich bin da ich schaffe keiner okay das ist ein mongos das würde ich mir erstmal schnappen ja und wir haben hier ja wir haben kein einziges cooles fahrzeug das ist so deprimierend das ist ein fahrzeug mg fahrzeug mg bin drauf steig du mal bei hd ein ja ich suche mal weiter irgendwas mal kurz mal kurz links ist noch eins ich nehme das Ding einfach mal mit warum können die nicht einfach kaputt gehen ich bin tot tut doch nicht so ein quatsch kontrollpunkt leute kontrollpunkt legt mich am arsch nicht auf unsere eigene sachen schießen oh er lädt seinen ausgrabungsstrahl auf aber die ausgrabung ist auf der anderen seite der stadt oh shit la 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 weich bloß den schüssen aus ich bin tot er zieht dich gleich aus mir schützt ach da war noch oh oh gut den mal einfach übersehen hi danke fürs fahrzeug das war der richtige oh danke ja es werden immer mehr ist klar oh tot sie wollen die stadt niederbrennen und den planeten verglassen wir sind zu weit gekommen und schufen den rennen auf keine sorge warte klar ja okay micky hören sie mich mal ja kleine plane auch ich bin aus meinem fahrzeug raus gespawnt ich habe einen ghost photo Das scheiße Oh, Expo sind sie ja Ich bin hier drin Erst hat er uns nicht hier sehen Fahr rein Äh, Kontrollfunk? Endlich Warte, warte, warte Fahr, 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 du Lappen Wird auch Zeit Oder auch nicht Meine hier? Ja, ich hoffe es Ja, nördlich Das ist nördlich Ist um angeblendet Jupp, hier ist die Schrecke unten Borts Kann einer mal Genau, genau das Ding Das wird nichts Reicht nicht Schade Du müsstest vielleicht noch ein Stück nach hinten kommen wieder Und dann Ah, das könnte klappen Versuch, noch mich als Rampe zu nehmen Ja, war Pass Pass Nein Okay, wie ist das denn passiert? Das mocht er nicht Dann nicht Ja, gut Ich, ich Ja, 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 ja Nein Die Granate hinten Ganz, ganz Nein, 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 oh Gott Ist das ja, äh, boost oder so? Funktioniert denn? Ne Steck mal auf Ich komme jetzt gar nicht mehr weg Ach, so Ah, ja, gut Ah, okay, warum haben wir das jetzt? So, demodiert So, demodiert Der Schlafenquanz Oh Oh Wie viele Äh, äh, im Haupteingang Das Ausziehen von Jurassic Park Lass einfach gar nicht Vorsichtig hingehen Ganz vorsichtig Ich 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 glaube, das habe ich noch nie im Shooter gemacht Oh, das mache ich öfters Echt? Ja, ja, wegen Deckung Das 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 sieht ja richtig cool aus, so Ganz lang Vorsichtig Du nimmst den rechten Wändern, okay? Rechts an der Säule Und nicht schießen Und Los Oh, da sind Waffen Hui Und schon habe ich vergessen, wie man quatscht Sehr dezent Dass ich nur noch einen Lebensbalken habe, ist ja erstmal egal, oder? Hier siehst du doch überall Medikits Ich habe hier ein wichtiges Objekt und Allianz-Einheiten, die seinen Tod wollen Also geben Sie Gas Ja, man Ja, ich glaube, das wird nichts Müssen wir auch hier rein, ich bin mir nicht sicher Ja, wir sollen hier verteidigen Achso Ja, verteidigen ist okay Das ist, äh Die Tür ist zu Ach, da sind Medikits Oh, geil Oh Gott, ich wollte das Ding gerade abknallen Ja, das sieht ein bisschen eklig aus, so wie man am Boden herumschleift Feindliche Phantoms im Anflug Gut, dass du im anderen Eingang, äh, dem Eingang geparkt hast Sonst wäre er nicht reingekommen Mist Nicht mal einen Doch, einen habe ich Okay, nur noch große Ne, das sind noch ein paar kleine Solange ich ein Hey höre, ist alles okay Oh Gott, mich hat's erwischt Was? Nanate, ich hatte etwas weniger jetzt Ah, lebt Oh, klar Keine Gefahr Ich bin ruhig bei dir Tot, tot, tot Vorsicht, vorsicht, vorsicht Okay, er wurde von eigenen Grünen getroffen Scheiße Okay, ein Grünen-Schuss überlebt man Ja, gut, hier ist einer Toll Nein Was war das denn für ein harter Schlag, ganz ehrlich Ach du, warst du hier schon angeschlagen Ich bin auch tot Ja, ich bin wieder Äh, wo bin ich? Und hier, und hier Ja, sehr schön Ja, sehr schön Ich hab noch Bug geschossen Ja, das gibt es doch nicht Oh, man hat die irgendwo fest Oh, Leute Doppeltot Doppeltot Kein Stress Kein Stress Vorsicht, 20 Gramm Doppeltot Doppeltat 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 Oh, sind wir wieder Ja, du kriegst ein, 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 ein Ja, 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 ja Ingenieur ist verletzt Doppeltat 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 hier rum. ganz gemein. okay, das war die erste welle. hat jemand das flagg gesehen? ich habe das flagg gefunden. das nächste landet, landet es in der mitte oder links? oh, diese scharkale, ne? oh. hey, alter, die sniper haben mich gerade im nahkampf umgebracht. oh, oh.